Hallo Freunde der Sonne, mein Name ist Chivaldo und herzlich Willkommen zurück zu L.A. Noire. Wir sind hier mit unserem Kumpel Rusty, ja, sind wir unterwegs und sind auf der Suche nach einem ekelhaften Frauenmörder, einem Schlechter, der durch Los Angeles zieht und die Frauen massakriert. Das ist, das muss natürlich, bis ich fertig geredet habe, Rusty, bis ich fertig geredet habe, so, er ist ungeduldig, natürlich, er denkt, dass der Herr dort in dem Haus, nämlich der Mann von Miss Tarrelson, glaube ich, war es Tarrelson, ich glaube, Person, T. Tarrelson, das ist sie, das Mordopfer, ja, und er geht davon aus, dass es mal wieder der Ehemann ist, wir werden es herausfinden, wir gehen hin und klopfen, mal gucken, wie er reagiert, das sieht alles, das habe ich beim letzten Mal schon gesagt, ziemlich heruntergekommen aus, okay, wow, sorry, da sitzen zwei Mädels, zwei Kinnies, zwei Kinnies und, und der Vater sitzt da auch und ist am Rauchen, na dann, schauen wir mal. Hallo, hi, yes, Detektives Phelps und Galloway, ist deine WIFE nach Hause, Sir? Meine WIFE ging zum letzten Mal und sie hat nicht nach Hause gekommen, kann ich deine WIFE beschreiben, was sie war, okay, Lars, wir waren bei einem Freundsplatz, Bobby Ross, für eine Party, sie war irgendwie dollt, sie hatte ihre grün-silk-dreste, open-toed-white-Schuhe, diese sind ihre Lieblings-Schuhe, und wir kommen in, Herr Tarrelson, ich bin sicher, wir haben etwas ziemlich schlechte Neues. Noch macht er keinen Anschein, dass er schuld ist. Entweder ist er ein guter Schauspieler oder oder er weiß wirklich nichts. Ganz genau, kümmere dich um deine Mädels. Na los. Ja, setzt euch mal in die Küche. Daraus wird nichts. Ja, richtig, du hast doch nichts. Der Rusty, ich mag ihn eigentlich ganz gern. Er kommt nicht an Stefan ran, ja? Ja, an unseren ersten Partner, aber aber sehr nah. Mittlerweile. So, was haben wir denn hier? Was ist das? Die Barons Bar. Sie? Wieso nicht er? Vielleicht war er ja da. In der Barons Bar. Okay, sonst kann man nichts damit machen. Wir haben wunderschöne Fingernägel, sehe ich gerade. Klasse. So, wir könnten natürlich auch mit den Mädels sprechen, aber ich schaue mich erst mal um hier. Was ist das hier? Ist das das Ehebett? Sieht aus wie das Ehebett. Oh. Ein umgedrehtes Bild. Okay. Ja, ja, das erst mal. Ja, klar. Die Spelunke. Okay. Aber mich interessiert dieses Bild hier. Was ist damit? Ganz genau. Warum? Warum, Lars? Warum war das so? Warum ist das so? Okay, das nicht, das nicht. Die Bürste können wir uns nicht anschauen. Ein wunderschönes Porträt von Enten oder Gänsen. Okay, klar. Hänge ich mir auch gerne in die Zimmer in meinem eigenen Haus. Wird ihr mich verarschen? Wenn das jetzt ein Tatort wäre, wäre das das Erste, was er aufmacht. Ich dachte, er macht das jetzt auf. Nicht alles ist relevant. Ich brauche da nicht reingucken, weißt du? Vielleicht ist da die Mordwaffe drin. Cole, hast du da mal dran gedacht? Fassbar. Okay. Das Kinderzimmer. Okay, jetzt wird es interessant. Oha. Ich glaube, das ist kein Wunder zu uns. Ich glaube, das... Oh mein Gott. Es ist die Mordwaffe. Nein, natürlich nicht. Okay, da ist nichts zu finden. Was haben wir hier? Templetons. Optimistisch, Cole. Sehr optimistisch, ja. Okay, auch hier also nichts zu finden. Wunderschöne Zeichnungen. Oh ja, klasse. Die haben wirklich Talent. Ja, also ich erkenne die neuen Da Vinci's und Michelangelo's hier aus den beiden heraus. Okay, im Kinderzimmer ist nichts. Im Bett? Auch nichts? Gar nichts? Absolut nichts? Weißt du, wenn wir den Fall abgeschlossen haben, steht dann unten in der Notiz, sie hätten im Kinderzimmer die Mordwaffe finden können. In der Tasche auf dem Boden im... Ach nee, das war im Schlafzimmer, ne? Von den Eltern. Ein Boot. Ja. Nein, nichts. Man kann sich einfach nur das Boot ansehen. Okay, creepy Fotos von der Familie. So, hier ist nicht wirklich viel, was ich finden kann, ne? Küche. Hey, Ladies. If you'd excuse me, Ladies. Geil. Sagt er das auch noch, Ladies. Ich mag Cole. Er ist zwar ein... ein abgefuckter Stümper, aber... Er hat's drauf. Nope. Ich bin momentan aus deiner Weg weg, Ladies. Ja, 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 ich bin sofort wieder weg. Ladies. Rust, hast du was empfunden? Irgendwas? Irgendwas Interessantes? Ja, das ist wahrscheinlich... Ja, die Tasche machst du auf. Wo wusste er, dass das die Handtasche ist und nicht die im Schlafzimmer? Sie ist aber ohne Handtasche rausgegangen. Das ist aber ungewöhnlich. Untersuchen wir das Ding doch mal. Ja, ist nicht gerade neu. Mhm, mhm, mhm. Nee. Hm. Und? Was ist das? Führerschein. Theresa Tarrelson. Westlake. Weißweiblich. 36. Braune Augen. Blond. Verheiratet. Theresa. Warum hat sie das hier gelassen? Sie ist also ausgegangen. Ohne ihre Handtasche. Lars. Lügst du etwa? Oh, Schuhe. Dreckige Schuhe vor allen Dingen. Dreckige Stiefel. Oha. Und Size 8. Also 41. Genau was wir suchen, Freunde. Lars. Oh, hier geht's raus. Moment, was ist das hier für ein... Oh, 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 der hängt tatsächlich was. Ist das Blut? Lars war in der Reine last night. Oh, eine nasse Jacke, also. Lars. Im Garten vielleicht noch irgendwas Interessantes? Hm. Hunde. Hundehütte gibt's hier. Aber die Frage ist, wo ist der Hund? Hat er hier irgendwas vergraben? Kann man hier irgendwas sehen? Äh, das ist nichts hier. Aha. Schaukel. Auch uninteressant. Sag mal, Schaukel. Der beste Kopf der Stadt, weißt du? Aber lässt sich von der Schaukel aufhalten. Okay. Klar. Oh, ich sehe gerade, äh, da ist das Telefonzeichen. Und das war vorhin, glaube ich, auf der Minimac... Auch zu sehen. Was war das? Oh, gut zu mir. Was ist das? Ist das Fischköder? Circumstantial. Ja, das ist so ein Ding für eine Angelroute. Äh, weiß nicht, wie man das nennt. Ich, äh... Ich war, glaube ich, noch nie angeln. Wobei, doch einmal war ich angeln. Aber das ist schon sehr lange her. Da ist ein fettes Boot. Warum steht hier ein fettes Boot? Oh, ein Seil. Er hat also Zugang zu Seil. Mit der die Dame stranguliert wurde. Okay. Interessant. Wir haben tatsächlich unseren letzten Hinweis hier draußen gefunden. Ich gehe wieder rein und würde gerne teilen. Peps 1247. Wo ist das Telefon? Hier irgendwo müsste es sein. Äh, nein. Wo ist das? Wo ist das Telefon? Lars, sag mir, wo das Telefon ist. Ich sehe es gerade nicht. Es ist auf jeden Fall hier zu sehen. Auf der Minimap. Aber ich sehe es hier nicht. Hä? Ist das eine Küche? Nö. Hier ist es auch nicht. Junge, wo ist das Telefon? Warum versteckst du das Telefon vor uns? Du hast was zu verbergen. Man gibst zu. Ach, hier ist das Telefon. Okay. Ich rufe jetzt mal an, ja? Operator, message for KGPL. Phelps. Putting you through now. 1247. Phelps, batch 1247. How could I help, Detective? Can you run an address for a Bobby Ross? Then send some uniforms over. Would you like him picked up? No. Suspect says he was with Ross last night. We need to confirm the alibi. I'll get a prowl car dispatched. Nice. Ja, da bin ich mal gespannt. Vor allem, er sitzt direkt hier im Raum. Mal gucken, ob er die Wahrheit sagt. So, Kollege. Ich bin ready. Für den Rekord, Mr. Terrelson. Was ist deine Wifes Name? Theresa. Haben wir schon rausgefunden. Erzählt uns doch mal, wer könnte das getan haben. Also natürlich außer dir selbst. Do you have any idea, why anyone would want to hurt your wife? No. Everyone loved Theresa. She was so full of life. It can't be anyone who knew her. Das kam sogar sehr aufrichtig. Was? Das geht in Wogel. No. I don't. Fuck my life, ey. Direkt verkackt, ey. Alibi für Lars Terrelson. Er war draußen letzte Nacht. Er war draußen. Wer erzählt mir was anderes? You said you went to a party at Bobby Ross' place? That's right. Bobby had a bunch of people over. We were having a good time. She said she was bored and decided to leave. Böse Cobb. You let your drunk wife leave the party and go off on her own? Stimmt. Look, I was angry. I was having a good time. She has to go and ruin it. We always have to do what she wants to do. Last night she wanted to go dancing. Any idea where? Where she always goes. A bar down in North Beaudry Avenue. Barron's Bar. Ja, ich hab schon rausgefunden. She comes there, drinks too much, gets maudlin and calls me. I go and bring her home. Mhm, mhm, mhm. Nur dieses Mal nicht, ja? Ähm, Gemütsverfassung des Opfers. Ja, erzähl mal. Mr. Terrelson, was Theresa happy at home? Ja, I think she was. Was? Haben wir irgendwas, was das belegt? Droh des Zeitpunkts, Reifenspuren, Wäschereizenteln, Auftragsbuch, Wäschereizenteln, Handtasche, Dreckige... Ich weiß nicht, warum die... Warum er das nicht anspricht. Handtasche des Opfers. Dreckige Stiefel, nasse Jacke, Buchseil. Mhmm, keine, aber böser Kopf. Spillet, Terrelson. Mhmm, mhm. Wir lieben den look von dir für das, so du besser gibst uns was. Wir sind in der Party. Sie hat ein paar und sagt, sie will, sie gehen, zu tanzen. Wir haben nur den Sitter bis neun. Ich bin verrückt. Ich sage, sie geht, aber ich bin dran. Sie stürmt. Schau, ich mache gut mit Karten. Ich mache gar nicht gut. Ich verkahrierte sie, weil sie so viel Spaß macht. Aber jetzt macht sie mich fucking crazy. Und genau deswegen... Hast du sie umgebracht? Halb neun, okay. Und wann war der letzte Kontakt? Wann war die letzte Zeit, dass du deine Frau gesehen hast? Halb neun. Das Karten-Game bei Bobby's war aufgelaufen. Ich habe meine Hand gespielt und hierher geholt. Ich habe den Sitter und ging zum Bett. Er war draußen. Das hat Cole selbst gesagt. Wir beschuldigen ihn mal und erklären ihm das mit der nassen Jacke. Das kann ich. Wir haben deine dreckigen Stiefel gefunden. Und die nasse Jacke. Wie bitte? Das sollten wir tun. Können wir nicht mit den Mädels reden? Warum sind die denn hier? Hey, Ladies. Wie wäre es, wenn ihr mal erzählt, was hier zu Hause abgeht? Wahrscheinlich ist das nicht drin. Okay. Appreciate your time, Sir. Mhm. Wir kommen wieder. Und nehmen dich fest. Okay, ja. Rusty sitzt schon. Wartet ungeduldig. Ja, irgendwie schon, ne? Obdachlosenlager. Stimmt, da war ja auch noch was. Da hat irgendeine Augenzeugin gesagt, dass da ein entstellter Kollege war. An dem Tatort. Da müssen wir auch noch hin. Wir kommen aber erst einmal zur Bar des Barons, die das Mordopfer regelmäßig besuchte. Dann lass uns mal hinfahren. Vielleicht haben wir ja auf dem Weg dorthin noch eine kleine Nebenmission. Eine kleine Schießerei, wo wir alle umbringen. Wie immer. Hoi. Sorry, Rusty. Rusty, Frusty. Oh, wir sind ja gleich schon da, glaube ich. Da sind wir tatsächlich schon. Die gute alte Baronsbar. Ich bin zu früh abgebogen. Tankstelle, die zu hat, macht Sinn. Ouch. Da ist sie. Jetzt hätte ich fast einen Unfall gebaut. Okay. Baronsbar. Baronsbar, natürlich, aber in unserem Fall Baronsbar. Ja, ja, ja. Phelps & Galloway, LAPD. Ich bin Benny Clough. Es ist über Theresa Taraldson. Yes, es ist. Ich habe es über die Radio. Ach so. Okay. Ich habe gesagt, es war der Black Dahlia-Freak wieder. Gottverdämmung. Ich habe den Schwäten von ihr. Der Babysitter sagte, er war raus. Wenn Sie nicht mindestens, haben wir ein paar Fragen. Okay, wir wollen ihn also direkt mal befragen. Wann war denn der letzte Kontakt? Wann war denn der letzte Kontakt? Um, um 10.30 Uhr, ich denke. Moment, haben wir irgendwas dagegen? Ich meine, warum sollte er lügen, ne? An Fuß, in einem Auto, bei einem Bus? Wie war es? Sie kaltete für ein Kabel. Okay. Sicher, ich habe das. Ich liebe Theresa. Schön. Die einzige, die sie einen Trink hat, ist, wenn Dinge nicht so gut gehen. Ich war über sie. Erzähl mir mehr. Was ist das? Barons Bar 150, ja, ja. Zwei Whisky, auf Eis, ein Manhattan, ein Gin Ricky, natürlich. Theresa T, Yellow Cab, 3591. Okay. Davon gehe ich mal aus. Cool. Okay. Dann ist natürlich die Frage, wo hat sie das Taxi hingebracht? Ähm, erstmal das Cab. Any idea, where she was headed? Nope. I didn't get that. Dein Ernst? She was murdered, Benny. Brutally murdered. If you like this lady, you should give us something. You tell me I'm not cooperating? Watch it, pal. Das war falsch? Moment, was hätten wir denn sagen können? War ich zu vorschnell? Todeszeitpunkt 2 Uhr morgens. Aber das... Reifenspuren. Vielleicht sind das die Reifenspuren vom Taxi. Vielleicht. Bugsal. Nö. Taxi hat laut Bericht das Opfer und männlichen Begleiter aufgenommen. Dein Ernst? Da stand er doch gar nicht. Oder stand das da? Schnauze. Verdammt. Okay. Verdächtiger Landstreicher. Was ist denn mit dem? Hat man den hier irgendwie gesehen? Wer war sie mit? Wir haben Reportungen über einen tall, gaunt-schönen Hobo. Er war nicht hier letzte Nacht? Ich habe viele Böden hier drin. Aber nichts, um diese Description zu vermitteln. Okay. Ähm. Vielleicht jetzt böser Kopf? Das sagt sie jetzt? Das hat er jetzt erst. Als Maul. Ich fasse es ja nicht. Wenn er jetzt losrennt. Der rennt los. Es ist so klar. Ja, ja, Rusty, lass mich mal durch. Oh, Mama. Ja, danke. Baum, Rusty. Ich dachte, du wärst mich da. Wer weiß, was der Mann wird, wenn er umgekehrt ist. Wir können einen Körner auf unsere Hand haben. F*** mein Leben, ey. Scheiße. Komm schon, Phelps, du lässt diese Lust rauskommen. Das Falto ist ein bisschen beschissen als unser eigenes. Ich glaube, der Körner würde sich zurückkennen in der Bar, wo er den Vick in treffen. Listen, ein Kreatur of Habit ist dein Körner. Für ein paar Worte sind sie Sticklers für Routine. Ist er hier? Er zeigt dir, wie es ist. Ich sehe ihn gar nicht. Du willst mich doch verarschen. Wo fahr ich denn die lang? Ich verliere den. Dann bin ich aber sauer. Vielleicht sollten du mich für mich warten. Ja, stimmt. Hätte ich. Hätte ich einfach da lassen sollen. Das wäre alles so. Geht nicht auf mich. Gib mir zurück in den Körner. Halt ihn, Cole. Spinn ihn aus. Ach so, ich soll ihn hitten. Ich dachte, ich schieße. Let's end this one. All right. All right, you got it. I've had enough. Halt's Maul. Komm raus, du Penner. Halt's Maul, du Penner. Okay, Bates. Ich dachte, wir verlieren den. Ich habe eine Chance in this. Nein. Und ich sehe an deinem Gesicht, dass du schuld bist. Äh, Kontakt mit Opfer. Last night, you went drinking with a lady in the bar. Now she's dead. And your face is all messed up. I'm in the clear on that. She preferred a sailor. You could lay it off on him. Are we finished? Nein, Sie mir nicht. Bözer Kopf. Do you want my partner to sap you? Tell us what we want to know. She was okay. I'm drunk. Pissed off at her old man, wanting to go dancing. I thought I'd apply her with a few drinks and get my end away. Looks like your salty had the same idea. Aha. Okay, und wo wart ihr? So, what happened when you left the bar? Sailor Boy laid one on me. A cheap shot. After that, I don't know. Halt's Maul, erzähl. You've done time, haven't you, Richard? Is that why you ran? I'm on parole. On what offense? Sexual assault. Look, I was lying there on the sidewalk. He flags a cab and jumps in with the broad. We're taking you in, base. Halt's Maul. How come? Just for a chat. Nice private chat. I'll explain my theory of once a degenerate, always a degenerate. Take him to Central. He's a material witness in a murder case. Find him a cozy cell. Richard here knows the drill. Rusty. Der ist einfach vom alten Schlag. Wenn einmal scheiße, immer scheiße. So, ich soll jemanden anrufen, wie es aussieht. Wenn ich mal auf die Minimap sehe. Äh. Äh. Lady? Aber das war ich nicht, oder? Lady, sind sie noch wach? Ob sie noch wach sind, Lady? Hallo? Ich mein... Alter, unsere... Wir machen hier grad den Moonwalk auf ihr. Ähm. Sorry. Rusty, schau sie dir mal an gerade, ja? Danke. Phelps. Phelps, 1, 2, 4, 7. Vas-y, Moro, zelustigius. How can I help, Detective? I need an APB out on a yellow cab number 3591. Ask dispatch to relay all sightings to car 11K. No problem. I'll get on the radio. Are there any incident reports filed in the vicinity of Barron's Bar on North Beaudry Avenue? We're tracking a sailor who was involved in a fight outside the bar. I can check the reports, Detective. Okay, cool. I have a message for you from Captain Donnelly. Message reads, James Jessup, US Navy, Able Seaman, has information relevant to your case. Jessup is currently being detained at Central Station. Ooh. Could be our man. Could be. Okay. Ähm, Rusty, du... Rusty, du stehst... ...in ihrem Kopf. Rusty ist halt einer, der bringt die Frauen eben zum Zittern. Hm? Was denn? So, wo wollen wir denn jetzt hin? Äh. Also, Zentralrevier, da sind mir zu viele Verdächtige... ...äh, zu viele Verdächtige momentan. Ich würde gerne erst mal schauen, ...was dazu abgeht. Ja, das sollten wir. Ja, das sollten wir. Oh, okay. Okay, also... ...ja, da das jetzt ein bisschen akuter ist, glaube ich. Noch nicht. Also, noch sehe ich es nicht. Aus dem Weg. Nicht, dass das Taxi gleich weg ist. 11K, Yellow Cab, Number 3591, ...seitiert in der Körner von Wilshire und Whitford. Repeat. Wilshire und Whitford, 11K. Ja, weil ich mich auch super auskenne hier in L.A. Wenn ich die Straßennamen höre, dann weiß ich direkt... Ja, das muss da sein. Wo ist es denn? Ist es das hier? 359. Das ist... LAPD. Wir haben eine Verkaufung. Was hat das zu tun mit mir? Die Frau du hast von Barron's Bar letzte Nacht. Was die Frau warst? Das ist eine Green-Dress. Uh-huh. Oh, nicht sagen Sie, dass etwas passiert ist. Tell me über sie. Sie war mit dem Sailor. Er war all over. Sie war nicht mehr. Er hat sie einfach nur zu spielen. Aber er hat das Gefühl in seine Augen. Wo hast du ihn aus? Die Crystal Ballroom. Welche Zeit? Nach der Midnight. 12.30 Uhr? Okay. Danke. Du hast eine große Hilfe. Also vor... Ja, sorry. Aber schönen Tag noch. Also bevor sie umgebracht wurde, war sie in diesem Ballroom. Okay, weißt du was? Das machen wir. Dann fahren wir da hin. Und dann würde ich aber gerne in dieses Obdachlosen-Lager aus dem Weg. Okay. Das nimmt hier jede Menge Wendungen. Es gibt einige Verdächtige. Der Ehemann. Der Typ von vorhin, der uns abgehauen ist. Oder der abhauen wollte. der ein... 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 ein Strafvergewaltiger ist. Ja, der wurde schon dafür verknackt. Deswegen ist der natürlich momentan ganz oben in meiner Liste. Aber der... Der Seemann... Der kommt knapp danach. Wobei... Eigentlich knapp davor. Weil er ist der Letzte, der... der mit ihr Kontakt hatte. Der Seemann müsste es eigentlich gewesen sein. Aber mal gucken, was er dazu sagt. Hat sich ja selber gestellt. Okay. Ja, ja. Das ist voll kioser. Oh, da kann aber jemand sehr gut ziehen. Wir sind sorry. Just quit shooting. The hell I will. I'm getting pretty tired of losing my weekly take to you, punks. Okay. Der will wohl sich selber verteidigen. Find ich gut. Nicht wegrennen, Jungs. Wo sind die denn? Äh, was ist das denn hier? Oh, das ist immer mal interessant. Oh, mein Gott. Oh, das ist cool. Das ist mal was anderes. Hast du eine Knarre für uns? Nein. Noch weiter unten. Okay. Okay, runter. Ähm, wo lang? Hier lang? Das war er. Oh. Okay, Cole hält ein bisschen was aus, zum Glück. Die haben uns nämlich erwischt, aber... Sie erledigt, selbstverständlich. Phops. Das ist Car 11K. Ach, das ist Car 11K. Schuss auf der Süden Flower Street, Scotts Garage. Aha. Es ist Code 4 hier, aber der Suspekt ist unten. Ich brauche eine Ambulanz und eine Korne. Wie immer. Wie immer. Es ist alles, Mr. Phops. 12 von 40. Wir machen uns ganz gut, glaube ich. So. 15 Erfahrungen haben wir auch bekommen. Weißt du was? So ist es. Und zwar... Du bringst uns zu dem Obdachlosen-Lager, du weißt ja ganz genau, wo das ist, bestimmt. Sorry. Okay, ich hab ja gesagt, Nebenmissionen. Und dann fährt unser Partner. Das könnte schwierig sein. Die meisten Bumse sehen wie ich. Komm schon, Rusty, das ist nicht gothische Fiktion. Hobo sind nur wie du oder ich. Sie sind nur Männer, die auf schweren Zeiten fallen. Du bist gar nicht so ein Detektiv, Phelps, wenn du denkst, Hobo sind wie ich. Klaue Nummer 1, wie schritte ich? Alkohol und stale Schwein. Du weißt, ich könnte hier etwas sein. Sehr lustig, Phelps. Geil. Stimmt eigentlich, ja. Also... Nach Rosen durftest du nicht, Rusty. So, das Obdachlosen-Lager. 1.48 Uhr. 1.48 Uhr nämlich. Äh. So wie dich. Weiß. Okay. Echt? Kann ich nicht reingehen? Junge. Ich weiß nicht, wer du schaust. Ich will nicht wissen. Okay. Es kommt doch keine Hinweis-Musik. Ja, dann. Kannst du zu diesem? Ja, bitte. Okay. Wo sind wir hin? Ja, zum Zentralrevier, um ein paar Leute auszuquetschen. Komisch. Komisch. Warum, äh? Warum ist es dann... Vielleicht müssen wir später hin. Vielleicht müssen wir später hin kommen, aber... Ich hoffe, dass ich jetzt hier nicht was suchen soll. Aber die Melodie kam halt nicht. Das hat mich so ein bisschen stutzig gemacht jetzt. Falls doch, bin ich sauer auf das Spiel. Da bin ich echt sauer. So. Erst einmal. Wie viele Leute haben wir jetzt hier? Einer. Okay. Ende 2 also. Äh, wo ist... Wo ist die 2? Interview-Rum 2. I'm praying that those prints come through. So I can nail that son of a bitch. Das ist es schon mal nicht. Ich verlaufe mich ja auch immer wieder, ne? Da sitzt er doch. Der Dreckskerl. We know, why you're here, Jessup. So it would be best, if you answered our questions truthfully. I don't want any trouble. That's why I'm here. I heard on the radio about this lady getting killed. I got lead from my CO to come down straight away. So why did you kill her? I didn't kill anyone. Look, you need to believe me. Let's start at the beginning. You went to Barons Bar. What time did you arrive? I got a 24 hour pass. I got there around 7. That's where you met Teresa Terrelson? Sure. We had a couple of drinks. 7. Moment. I got the barons bar in the Crystal Ballroom. I got the barons bar in the 24 hours. 3. 3. Dort haben sie dort haben sie sie dort getroffen klar wir hatten ein paar drinks Ja Aber es war ja nicht alles so you try to make a woman who is incredibly drunk Not proud of myself, but I never heard Mmh, took her dancing That's right, I came to the crystal ballroom auch das stimmt, ja Taxifahrt mit opfer Ja, erzähl mal Der Capdiver sagte, dass du dich ziemlich mit Theresa kennengelernt hast Das ist nicht so, wie ich es sagen würde Also die letzte Sache, die du wolltest, war sie zu spielen, hart zu bekommen Hat das dich verrückt, Sailor? Ja, es war es Sie wusste, was ein Mann ist, was alle Brads machen Die Dance kommt zweit Und was hat in der Crystal Ballroom passiert? Nichts, nicht sogar ein bisschen Handrelief Sie hatte noch ein paar Drinks, es gab keine Spaß mehr in ihr Sie hat nur ein paar Drinks zu einem Bar-Tender Aha Vielleicht sollten wir da mal hin Zu dem Ballroom Äh, VfL mit Bates, ja, erzähl davon Sie hatten einen Fist-Fight mit Richard Bates over Mrs. Terrelson Sie haben den Mann gesehen? Er ist ein Krieg Du solltest einen Blick auf ihn für das Ja, aber dich auch Sie hat den Fingern direkt an dich, Jessup Ich hatte nur eine Nacht, bevor ich zurück in der Tum Er hatte immer Zeit in der Welt, um etwas Aktion zu suchen Ich habe ihn gebetet Ich mache ihn wieder Sie war besser mit mir Klar Du bist ein schweinendes Beispiel von Chivalry, Jessup Sehr gut, Cole So, und vor dem Mord Was ist da passiert? Woher gingst du nach der Crystal Ballroom? Ich denke, die Winde hat aus ihrer Zählstelle Sie hat einen Kab und ich habe einen Bus zurück in die Bates Das war's? Wir haben mit dem Kab-Driber gesprochen Sag uns, was wirklich passiert In der Crystal Ballroom Ich hatte genug Sie war immer so schade Sie war immer so, dass ihr husband Ball und unsere Kinder Sie sah alt Sie sah alt aus Sie sah alt aus Viel von vier Ja, mein CEO hat so viel gesagt Können Sie den Mann in zwei in eine Zählstelle und informieren den Commander? Klar, Detective Hat sich aber alles sehr plausibel angehört Sighting of your disfigured hobo on Grand between Temple and Sunset And it looks like the bow has a record too He's wanted in connection with two female assaults Thanks What now? Let's see if the bus story checks out There's a depot at 1660 Beverly Boulevard Okay Busbahnhof also, ja Busbahnhof also, ja Ja, komm Busbahnhof erstmal, würde ich sagen Three suspects in the can Also der Ehemann hat ja gesagt, er war Karten spielen, aber nur bis Mitternacht Und hat dann immer noch zwei Stunden gehabt, um seine Ehefrau zu murksen Das ist Ist auf jeden Fall möglich Da sollten wir dranbleiben Scheiße Ein bisschen Sachschaden, ein bisschen Unfallschaden ist nicht schlimm Hauptsache, ich bringe niemanden um So, Busbahnhof Mal gucken, ob die Story von dem Seemann stimmt Sag mal Wie fahren die denn hier alle? Wie die letzten Stümper So, aus dem Weg, Freunde Ja, ich mach mal den hier Ach, guck mal Wie die schön Platz machen Brauch ich ja gar nicht so viel lenken Voll übertrieben Diese Sirene ausnutzen, aber Ich nutze sie nicht aus Bissen halt im Kopf Ich brauch nicht mal auf die Straße gucken Soll ich trotzdem, ne? Oh, wir sind da Busbahnhof 2.22 Okay Bus Damit doch jeder weiß, was es hier gibt Nicht, dass es der Busfahrer war Wobei, man konnte in der allerersten Szene des Falls sehen, dass sie ausgestiegen ist von einem Bus Wenn ich mich recht erinnere Und der Bus fuhre ja weiter Das heißt, der Busfahrer war es schon mal nicht Hätte ja auch sein können Ne? So, keine Hinweismusik Keine Hinweise Boah, warten die ganzen Leute hier Auf den Bus Thank you, ma'am You have a safe trip now Phelps Das hoffe ich doch sehr Neue wichtige Person Frank Savarelli All American Bus Linien Fahrplan Route 74 Angenehme Fahrt Äh Aha Und weiter Uh Busfahrplan Okay, wir wissen das Er fährt immer im Ah, okay Ja, verstehe Stimmt Das stimmt Wir haben eine Sirene Die sollten wir dann tatsächlich mal nutzen Äh Oh, diese rote Linie Ist das die Strecke? Ja, cool Die fahren wir mal ab Mal gucken, ob wir den finden Rusty Wo Rusty Mach doch mal hin Jetzt Rusty Ich hätte auch ohne ihn fahren können Was wäre da passiert? Was wäre passiert, wenn ich jetzt ohne ihn losgefahren wäre? Was wäre da? Nein, das glaube ich nicht Ich fasse es ja nicht, dass sie einfach nicht zu Seite fahren, ey So nochmal Wo ist dieser Bus? Entlaufen ja auch noch auf der Straße Diese Durchsagen immer Ich verstehe kein Wort So nochmal hier steht mitten im Ich fasse nicht Die Sirene hat wohl nichts mehr zu bedeuten, wie sie aussieht Interessiert die ganzen Leute null Okay, wir sind immer noch auf der Sag mal Die fahren aber nicht zur Seite Oh, wer habe ich diese scheiße Sirene an? Okay So, jetzt aber Wo ist dieser Bus? Ich habe noch keine Sirene Nein Ich würde mal gerne die Frau von Cole kennenlernen Was das für eine ist Oh, die Kiddies Er hat auch gesagt Kids Würde ich auch mal gerne kennenlernen Aber Ich glaube Das wird jetzt erstmal nichts Wenn es überhaupt irgendwann mal was wird Wo ist denn dieser fucking Bus? Aus dem Weg, man Die fucking Sirene ist an Seid ihr noch zu retten? War das ein Blitzer? So, hier müssen wir rechts abbiegen Manchmal den hier Oh Der herrn bitte Alter Bus Ich hätte vielleicht in die andere Richtung fahren sollen Den Bus ging Entgegenfahren Aber irgendwie Habe ich das Gefühl Das würde auch nicht viel bringen Ein Autofahrt ist lustig Ich mache mal die Sirene aus Hier sind eh keine Autos Hier sind echt gar keine Autos Gar keine? Ja, das ist schön Willst mich verarschen Der muss ja hier irgendwo sein Dieser fucking Bus Es sei denn Er fährt runter Von seiner Route Und sucht irgendwelche Besoffenen Girls Boah Ab mit dir jetzt Verpiss euch Aber hier rechts Oh, da ist ein Auto zu sehen Auf der Minimap Es ist der Bus Das ist der Bus Das ist der Bus, den wir suchen Schau sie hinter sie Und schau sie nach dem Weg Das ist der Bus, den wir suchen Schau sie hinter sie Und schau sie nach dem Weg Okay, haben wir gemacht Der Busfahrer steht da schon Oh ja Fahr uns nicht ins Auto, man Opfer zuletzt gesehen Oha Okay, weißt du was? So ist das Ja, pass mal auf Natürlich Be quick, Officer, it's an emergency Ähm, ich Was? Aber wir haben doch ein eigenes Be quick, Officer, it's an emergency 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 Be quick, Officer, it's an emergency